In den nächsten Tagen, noch vor der Sommerpause des Bundestages, soll das Heizungsverbotsgesetz von Robert Habeck durch den Bundestag durchgebunden werden. Ja, es geht genau um diese Situation. Allerdings gibt es jetzt, so wie bei den Römern von Asterix und Obelix, bei den Galliern ein kleines Dorf, das sich dagegen wehrt. Ich bin ja politisch selber sehr aktiv gewesen, war Mitglied der CDU und da habe ich einen sehr, sehr guten Mann kennengelernt, der liebe Werner. Grüße gehen raus an dieser Stelle und er hat mich kontaktiert, weil er war immer sowas wie mein politischer Papa. Er ist mittlerweile nicht mehr in der CDU, genauso wie auch ich. Er ist bei der FDP. Ich bin keiner Partei aktuell drin. Und er hat mir ein Schreiben zugesendet, dieses hier nämlich, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Die Aufforderung an die FDP-Mitglieder des Deutschen Bundestags bezüglich dem Gebäudeenergiegesetz, GEG, stoppt den Angriff auf das Eigentum und die Altersvorsorge. Und die Antragsteller sind hier die verschiedenen Ortsvereine. Das ist alles bei mir in meiner ehemaligen Heimat im Rhein-Sieg-Kreis, wo ich früher gewohnt habe und auch aufgewachsen bin. Alles in der Nähe von Köln-Bonn. Und wir gucken uns jetzt ganz genau mal an, was hier konkret gefordert wird und machen auch eine sehr kritische Betrachtung, die ich an den Werner nämlich auch schon selber geantwortet hatte, als er mir dieses Schreiben hat zukommen lassen. Ist das sinnvoll? Wird das etwas bringen? Und ihr könnt ja mal in die Kommentare jetzt direkt am Anfang reinschreiben. Wird das etwas bringen, wenn ihr das jetzt gleich gehört habt? Und was denkt ihr? Wird die FDP abermals wieder mal schon umfallen und bei so einer Sache mitmachen und das Ganze vor der Sommerpause noch absegnen? Moin zusammen an der Stelle nochmal. Mein Name ist Olli. Jetzt ein Abo da lassen. Wir gucken direkt rein. Antragsteller begrüßen hier und unterstützen die ablehnende Haltung der FDP-Bundestagsfraktion bezüglich des aktuellen Gesetzesentwurfs zum GEG von Bundeswirtschaftsminister Habeck. Heißt es hier direkt am Anfang. Und dazu muss man sagen, da werden speziell die Mitglieder der FDP-Bundestagsfraktion genannt. Richtig. Denn Christian Lindner und die anderen Kandidaten aus der Bundesregierung von der FDP haben das Ganze ja schon so weit gebracht, dass es nämlich überhaupt erst in den Bundestag kommen konnte. Jetzt steht der Gesetzentwurf ja soweit so ein bisschen bereit. 110, 111 Seiten sind es ja angeblich. Bislang habe ich noch keine Veröffentlichung gesehen, sondern nur ein paar Auszüge. Mal gucken, wenn das Ding komplett rauskommt, ob da irgendwas genaueres bekannt wird, was drinsteht. Und dann heißt es hier die Forderungen, die jetzt hier ganz klar gesetzt werden. Das sind jetzt hier einige Spiegelstriche, einige Informationen, so grundlegende Infos, die man haben sollte, um bei diesem Thema mitzudiskutieren, denke ich. In Deutschland werden aktuell drei Viertel der rund 43 Millionen der Wohnungen mit Gas und Öl beheizt. 80 Prozent der deutschen Bestandsimmobilien sind gar nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten für den Einbau von Wärmepumpen geeignet. Es fehlen schon jetzt in Deutschland 60.000 Installateure, ein erhebliches Problem für die Umsetzung des Gesetzes. Nach dem Verkauf der Fiesmann Wärmepumpen sparte an Carrier, amerikanischer Investor oder andere Firma. Und angesichts der Marktdominanz asiatischer Hersteller wie Daikin und Panasonic droht zudem erneut, dass deutsche Steuergelder massiv in andere Länder fließen, was bei uns perspektivisch zu einer Deindustrialisierung und zu weiteren Abhängigkeiten führt. Ja, ich glaube, die gucken auch meine Videos. Grüße an alle FDP-Zuschauer gehen raus. Deindustrialisierung. Ich habe gerade noch die Tage ein Video über diese Thematik hier von dem Institut der deutschen Wirtschaft aus Köln abgedreht. Und da geht es nämlich darum, wie die Geldabflüsse, die Investitionsrücknahmen aus Deutschland aktuell aussehen. Und die belaufen sich nämlich im letzten Jahr auf 123 Milliarden, die rausgezogen wurden aus Deutschland und hier jetzt nicht mehr investiert sind. Und dieser Trend, der wird noch weitergehen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und natürlich auch der Punkt mit der Abhängigkeit ist ein ganz, ganz großes Problem. Obwohl hier in dem Bereich wird es darauf bezogen, dass wir die Abhängigkeit zu anderen Ländern gehen. Jetzt hier zum Beispiel zu den Herstellern USA, dann Wiesmann, wo die übernommen werden, Daikin und Panasonic, dann nach China oder überhaupt im asiatischen Bereich. Und ich sehe die Abhängigkeit aber auch noch, dass wir eine Abhängigkeit vom Staat haben. Insofern, dass man mit einer Gasheizung sich natürlich ein bisschen absichern kann. Dann hast du einen Gastank oder auch eine Ölheizung mit einem Öltank im Keller oder in dem Garten. Den lässt du mal befüllen und dann hast du erst mal Ruhe. Dann bist du nicht darauf angewiesen, dass das Stromnetz funktioniert wie bei einer Wärmepumpe. Denn das wird nicht funktionieren, wenn man die AKWs in Deutschland abschaltet und hingeht und sagt, jo, jetzt holen wir aber noch mehr Verbraucher wie die Wärmepumpen ins Netz. Absoluter Unsinn. Dann geht es hier weiter. Ja, und dass diese Rechnung wohl vielleicht nicht ganz so aufgeht, das sollte mittlerweile auch bekannt sein. Da gibt es ja verschiedene Experten, die sich da schon gegen ausgesprochen haben und gesagt haben, das haut nicht so ganz hin, wie das berechnet ist. Auch wenn das hier mit einem Hoch 2 natürlich per Quelle verifiziert ist, okay. Demgegenüber stehen volkswirtschaftliche Kosten im dreistelligen Milliardenbereich, die die Bürger, und das hier auch, ich habe den Werner auch gefragt, dass hier drin gegendert wird. Er wusste es selber nicht, wieso. Er hat bei seinen Kollegen nachgefragt, bislang keine Antwort erhalten. Das ist auch gut. Das kann man doch nicht machen, Werner. Ernsthaft? Egal. In jedem Fall zu tragen haben, in Form von Eigenleistung oder in Form von Steueraufkommen für geplante Fördermittel. Und das ist die Realität. Dann geht es hier noch ein bisschen weiter um die Situation, was das Ganze kosten kann. Und das kann mal schnell hier 100.000 Euro sein. Je nachdem, wie die Wohnsituation ist, kann das aber auch mal 200.000, 300.000 sein. Es kann aber auch Glück sein, dass du nur in Anführungszeichen 50.000 zu tragen hast. Wirklich ganz großes Problem. Durch das Gesetz wird auch das Wohnen zur Miete teurer. Immer das, was ich ja schon seit Monaten hier predige und sage. Millionen Wohnungen müssten saniert und die Kosten dafür wieder hereingeholt werden. Zudem wird es noch weniger Neubauten geben, was den verbleibenden Wohnraum knapper und teurer werden lässt. Daher ist es absolut unmöglich, dass die Regierung mit FDP-Beteiligung einem solchen Gesetz zustimmt. Die FDP muss sich im Bundestag gegen das Heizungsgesetz stellen. Drei Punkte. Keine Vertagung, keine Abmilderung, keine Zustimmung, heißt es hier. Und dann geht es nämlich noch weiter. Jetzt eine interessante Aussage. Da habe ich beim Lesen, gerade bevor ich das Video angefangen habe, schon herzlich gelacht. Die FDP ist für die Mehrheit der Menschen in unserem Land die letzte Hoffnung, die diesen Wahnsinn noch aufhalten kann. Wenn man nur den ersten Part des Satzes liest, dann könnte man sagen, es gibt ja noch so eine andere Partei. Die könnte vielleicht auch noch eine Hoffnung in Deutschland sein. Wenn man es aber dann auf den ganzen Satz mit, die diesen Wahnsinn noch aufhalten kann, bezieht, ist das erstmal faktisch richtig, muss man klar sagen. Denn die Möglichkeit, jetzt im Bundestag das Ganze zu verhindern, das liegt bei der FDP. Von der SPD braucht man das nicht zu hoffen, von den Grünen schon mal gar nicht, keine Frage. Und dementsprechend ist es wirklich das Zünglein an der Waage, wieder mal die FDP. Das heißt, die FDP kann sich hier einen sehr großen Namen machen, im Positiven wie im Negativen. Wenn sie hingeht und sagt, jo, wir stimmen dafür, sind sie komplett durch. Dann sind sie meiner Meinung nach und hoffentlich, muss ich leider an dieser Stelle ganz klar sagen, bei der nächsten Bundestagswahl weg. Wenn sie das wirklich mitverantworten und mittragen, wäre das wirklich ein ganz, ganz starker Schlag. Und im Zweiten könnte es natürlich so sein, dass sie es verhindern. Und das wäre grandios, das muss man wirklich sagen. Die Antragsteller begrüßen daher ausdrücklich den Eilantrag von Frank Schäffler, Michael Kruse und anderen auf dem letzten Bundesparteitag, der sich ausdrücklich gegen Verbote und gegen den Eingriff in das private Eigentum ausspricht. Darüber hatte ich auch seinerzeit berichtet hier. Das ist bereits vom April diesen Jahres. Aber überlegt mal, was allein in dieser Zeit hier alles noch komplett passiert ist, nach dem Entwurf und wie hier weiter vorgegangen wurde. Verhindert wurde bislang noch gar nichts. Und dann müssen wir mal gucken, ob und was jetzt hier passieren wird. Erhebung von Infrastris-DMAP habe ich auch darüber berichtet, dass sich die meisten Menschen in Deutschland große Sorgen über die aktuelle Situation machen und die finanzielle Situation, die da zukommt. Dass das Ganze hier mit der Einsparung bezüglich CO2 relativ kritisch betrachtet wird etc. pp. Und ganz klar ist hier, dass die FDP, also jetzt hier in diesen Ortsverbänden, sich dafür ausspricht, dass hier die Technologieoffenheit eingehalten werden soll. Und meiner Meinung nach, also jetzt mal wirklich ganz kritisch, ganz klar an dieser Stelle, aber rational. So habe ich dem Werner das auch gesagt. Ich sehe da wirklich keine Hoffnung. Warum? Weil wir gesehen haben, wie die FDP in den letzten Monaten sich verhalten hat und wie die FDP in den letzten Monaten im Bundestag auch abgestimmt hat. Was ich mir vorstellen kann, dass von den ca. 80 Abgeordneten im Bundestag von der FDP, dass mehr als die Hälfte werden das befürworten und ein anderer Teil wird sich dagegen aussprechen, der nicht ausreichen wird, um es zu verhindern. Das ist meine Prognose an dieser Stelle. Oder wir werden sehen, das ist die zweite Variante, die FDP wird fast zu 100% komplett dafür stimmen. Ich gehe nicht davon aus, wirklich, absolut nicht davon aus, dass dieses Gesetz verhindert wird. Man wird es danach versuchen, gut und schön zu reden mit, ja, wir haben ja hier Technologieoffenheit, da haben wir das mit reingeboxt, da haben wir das mit drin, etc. Dass das alles aber so nicht tragbar und umsetzbar ist, das sollte mittlerweile im letzten klar sein. Wenn, sprich, dass wir beispielsweise 65% dieser erneuerbaren Energien, dass das nicht funktionieren kann und wird, dass es mit der Wärmewende nicht funktionieren kann, weil die kommunale Wärmeplanung, wie die zeitlich ja angesetzt ist, 2028, wenn ich es richtig im Kopf habe, und dann sollte das direkt umgesetzt werden, das wird nicht funktionieren. Das muss man wirklich so klipp und klar sagen, aber das ist ja gemacht oder abgemünzt darauf, dass es nicht funktioniert, würden böse Zungen sagen. Ich würde das natürlich nicht sagen an dieser Stelle. Könnt ihr ja jetzt gerne mal in den Kommentaren bewerten. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass hier, das will ich jetzt politische Arbeit auch mal vorstellen an dieser Stelle, Ortsverbände hingehen und sagen, wir sind nicht damit einverstanden, was wiederum auf Bundesebene geschieht. Und wir unterstützen euch mit eurer Kritik. Ihr solltet definitiv dagegen abstimmen, denn sonst haben wir vielleicht Mitgliederschwund oder ähnliches. Sowas fehlt mir persönlich hier noch drin, dass man so die Folgen aufzählen würde, womit die FDP auf Bundesebene dann halt auch zu rechnen hat. Wenn das Ding so wirklich abgesegnet wird und durch den Bundestag geht, kommt es ja im nächsten Schritt in den Bundesrat. Und die FDP ist ja mittlerweile nur noch in zwei Landesverbänden an der Regierung und dort können sie es nicht mehr aufhalten. Da haben sie keine Chance mehr. Das wird nicht funktionieren. Und auch in den zahlreichen anderen Ländern, ich glaube in acht, müssten es ja mittlerweile sein, wo die Grünen auch mit dran sind. Dementsprechend ist das ein sicheres Ding, wenn es wirklich in den Bundestag geht. Schreibt mal rein. Glaubt ihr, dass so ein Schreiben, so eine Unterstützung jetzt hier aus den Ortsverbänden etwas bewirken wird bei der FDP? Vielleicht auch eine Überzeugung oder ein Umdenken von dem einen oder anderen Abgeordneten? Ich bin gespannt drauf. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten. Abo nicht vergessen und ciao. Bis zum nächsten Mal.